Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger wissen, dass die selbsternannte Alternative in Wahrheit ein Abbruchkommando ist, ein Abbruchkommando für unser Land. Wenn Sie sich hier hinstellen, und wir sind ein Verfassungsorgan, und sagen, der menschengemachte Klimawandel ist nicht bestätigt, und Sie stellen sich mit Ihren Ausführungen gegen das Pariser Klimaschutzabkommen, das 195 Staaten dieser Welt unterschrieben haben, dann handeln Sie gegen das deutsche Grundgesetz, dann handeln Sie gegen die deutsche Verfassung. Und außerdem habe ich noch etwas im Angebot für die Wählerinnen und Wähler in meinem Wahlkreis und darüber hinaus, auch die, die mich nicht gewählt haben. Ich gehöre zu der Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, die für die Verteidigung unserer Demokratie von innen heraus antritt. Und deswegen biete ich Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen die Stirn, wo immer es nur geht. Danke, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, das nochmal zu sagen.